Der junge John Lennon war Schüler, als sein Lehrer die Klasse fragte, was wollt ihr im Leben werden? Eine Mitschülerin, die meldete sich und sagte, ich will Model werden. Ein Mitschüler meldete sich und sagte, ich will Fußballprofi werden. Und schließlich fragte der Lehrer, und du John, was willst du im Leben werden? John überlegte einen Moment und sagte, ich will glücklich werden. Der Lehrer legte seine Stirn in Falten. Ich glaube, du hast meine Frage nicht verstanden. Nein, antwortete der junge John, sie haben das Leben nicht verstanden. Was will ich mit diesem Kanal? Ich will sie inspirieren, ich will sie motivieren, ich will sie begleiten in ein Leben, in dem sie eigene Wege gehen, statt sich anzupassen, in dem sie selber denken, statt die Mehrheitsmeinung zu übernehmen, in dem sie ihre innere Mitte finden, statt sich von der Hektik dieser Zeit anstecken zu lassen. Ich will sie begleiten in ein Leben, in dem sie nur eines werden sollen, nämlich dasselbe wie der kleine John Lennon, sie selbst und damit glücklich. Und wenn das gelingt, dann ist noch jemand anders glücklich. Und das bin ich. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor von 40 Büchern, ich berate seit über 20 Jahren Menschen in Berufs- und Lebensfragen und Sie können sich durch meine 365-Tage-Challenge von mir durch jeden Tag Ihres Jahres begleiten lassen. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie oft auf diesem Kanal vorbei. Ihr Martin Wehle Ihr Martin Wehle